Wenn man in der Öffentlichkeit eine gute Tat macht oder eine schlechte Tat, aber keiner davon gesehen hat, gilt das als geheim? Also die Sünde oder die gute Tat? Ja klar, natürlich. Gilt das als geheim, ja. Ja, richtig. Gilt das als geheim. Wenn es keiner gesehen hat, außer Allah. Untertitelung des ZDF für funk, 2017